Ziemlich sicher bist du hier gelandet, weil du Knieschmerzen hast und weil dir dein Arzt oder Physiotherapeut gesagt hat, dass du einen wahrscheinlich kaputten Meniskus hast. Meniskusriss oder ein degenerativer Meniskus, das kannst du im zarten Alter von 15, 50 oder mit 95 Jahren noch haben. Ich will jetzt gar nicht so groß auf die unterschiedlichen Arten von Meniskusrissen eingehen, sondern will dir nur ganz, ganz kurz schematisch darstellen, wofür der Meniskus im Knie eigentlich ist. Also wir haben in jedem Knie zwei Menisken, außen, innen, innen, außen. Und diese Menisken sorgen genau dafür, dass der Oberschenkel wunderbar auf dem Unterschenkel platziert ist und sich dann auch noch bewegen kann, ohne dass da groß was passiert. Das Raffinierte, was die Natur sich ausgedacht hat, ist, dass sie den Oberschenkel, also den unteren Teil des Oberschenkels, rund gemacht hat, also fast rund und die Oberkante des Schienbeins flach. Dann sieht das Ganze also so aus. Das ist praktisch der Oberteil des Schienbeins und das ist der Unterteil des Oberschenkels. So, und so ist jetzt also praktisch Oberschenkel und Unterschenkel. Und du siehst schon, das ist eine ganz schön wackelige Angelegenheit, wenn sich das Ganze dann auch noch bewegen soll, in Form von Beugung und Streckung und hin und her drehen. Also, ziemlich instabil das Ganze. Und da hat das Universum, der liebe Gott oder die Natur, wer auch immer dafür zuständig war, hat da etwas entwickelt, Augenblick, ich bin gleich wieder da, das in etwa so aussieht wie eine Nackenkrause. Und diese Nackenkrause ist praktisch so positioniert. Ziemlich ringsrum, vorne, hinten, innen, außen. Und sorgt dafür, ihr seht schon, der Ball rollt nicht so gut weg, dass der Oberschenkel, Kopf ist es ja nicht, nun praktisch die Oberschenkelrolle hier unten relativ plan mit dem Oberteil des Unterschenkels verbunden ist und sich so auch noch bewegen kann. Wenn wir jetzt einfach mal, das geht jetzt so ein bisschen schwierig, jetzt mal das Knie beugen und strecken würden, seht ihr, dass der Meniskus, der Innen- und der Außenmeniskus, dass sie das wunderbar mitmachen. Ich packe den Ball jetzt mal weg. Und jetzt haben wir unterschiedliche Arten von Meniskusrissen. Wir haben einen Riss, der zum Beispiel hier vorne sein kann. Dann haben wir einen Riss, der in diesem Verlauf sein kann. Dann kann das sein, dass ein Teil des Meniskus umgeklappt ist und, und, und. Das Problem ist, dass der Meniskus etwa im jugendlichen Alter von 15, 16 Jahren, der Meniskus besteht aus Knorpel, also dass dieser knorpelige Meniskus ab dem 15. 16. Lebensjahr nicht mehr durchblutet wird. Das ist insofern problematisch, dass, wenn im Körper etwas repariert wird, heilt, dann ist Durchblutung nötig, einfach nötig. Ihr kennt das zum Beispiel vom Fingernagel. Wenn ihr euch einen Fingernagel eingerissen habt, dann wächst der nicht mehr zusammen. Der wächst irgendwann raus und stirbt ab. Nein, der stirbt nicht ab, aber der Fingernagel wächst dann halt raus. Genauso ist das beim Meniskus. Wenn der Meniskus in den inneren Schichten eingerissen ist, dann wächst der nicht mehr zusammen, weil da kein Blut, keine Durchblutung mehr stattfindet. Was tun in diesem Moment? Es gibt Meniskusrisse, mit denen könnte man 120 Jahre alt werden. Das heißt, der Meniskus ist eingerissen, aber er stört nicht groß im Gelenk. Da ist einmal eine falsche Bewegung gemacht worden, und dann ist er eingerissen, ist hängen geblieben und hat sich wieder schön in Form gelegt. Wenn dieser Meniskus kein Problem macht, keine Schmerzen, keine Bewegungseinschränkungen und Gelenkergüsse, dann kann der von mir aus da drinnen bleiben. Wenn du aber Knieschmerzen hast und ein Meniskusschaden diagnostiziert wurde und dein Knie immer wieder hakt, immer wieder wehtut, besonders wenn du in die Beugung gehst, also wenn du dich hinhockst oder die Ferse anbeugst, wenn es immer wieder dick wird, gereizt wird, dann ist mein guter Rat tatsächlich die Operation. Weil dafür haben wir die Menschen zur Arztschule geschickt, damit die lernen, wie man so einen kaputten, degenerativen Meniskus, der immer wieder Probleme macht, repariert. Dann wird das defekte Teil des Meniskus weggefressen mit so einer kleinen... Ja, wird halt weggefressen und anschließend wird wieder zugenäht und nach ein, zwei, drei, vier Wochen, je nachdem, habt ihr sozusagen ein besseres Knie als vorher in der Regel. Ja, aber ist es denn nicht so, dass dann dem Körper auch Stabilität fehlt oder dem Knie? Naja, das kann wohl sein, weil der Ball ist dann natürlich etwas planer auf dem Knorpel. Ihr dürft aber nicht vergessen, wenn ihr so einen zermatschten Meniskus habt, der fasert natürlich alles auf im Gelenk und die Probleme, die durch einen kaputten Meniskus, der Probleme macht, im Knie entstehen können, sind um ein Vielfaches größer, als wenn ihr jetzt einen Meniskus operieren lassen würdet und anschließend das Knie wieder reizfrei ist. Also ist ein Meniskus immer wieder aggressiv dem Knie gegenüber, in Form von das Knie ist entzündet, es ist dick, es ist warm, es ist geschwollen, es ist ein Gelenkerguss drinne. Ihr könnt nicht gehen, ihr könnt das Knie nicht bewegen und das immer wieder, immer wieder, dann sage ich einfach mal, dann muss dieser defekte Teil des Meniskus einfach raus. Ja, tut mir ja leid zu sagen, aber da können wir Physiotherapeuten auch nur eingeschränkt tätig sein. Das machen wir dann nach der Operation wieder. So, ich hoffe, ich habe dir damit so ein bisschen geholfen und das ist das Allerwichtigste, bleib gesund!